Moin Leute, willkommen bei einem weiteren Video. Heute zeige ich euch, wie ihr im GTA 5 Online Modus wirklich sehr fix hochleveln könnt. Damit mit dieser Methode sind über 100.000 Erfahrungspunkte pro Stunde locker drin, wenn nicht sogar um einiges mehr. Ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal, ist echt einfach, schafft jeder. Wir gehen zunächst mal in den Online Modus, gehen auf Start, auf Online Jobs und da hosten wir einen Job. So, von Rockstar erstellt natürlich das Ganze und wir nehmen hier Rennen. Rechts gehen wir auf die Seite und wählen die wunderschöne Strecke Kriminell Schnell, die wir schon aus dem letzten Video kennen. Diesmal sind die Einstellungen nur ein bisschen anders, deswegen nicht wieder alles so einstellen wie vorhin. Einfach kurz aufs Video achten und eine schöne Ladebild genießen. So, Renntyp nehmen wir Standard, Anzahl der Runden nehmen wir dieses Mal etwas weniger. Und zwar genau eine. Bei Klassen könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Entweder Supersportwagen oder Motorräder empfehle ich euch, da diese sehr schnell sind und damit erledigt sich die ganze Sache viel schneller. Spielersuche nehmen wir geschlossen, damit uns keine anderen Leute nerven und sich im Weg stellen. Das Ganze bestätigen wir, dann sind wir auch schon fertig mit dem Einstellen und können das Rennen eigentlich soweit starten. Wie gesagt, Fahrzeug habe ich jetzt mein eigenes Motorrad. Ich habe ein getuntes, kennt ihr vielleicht aus dem Video. Und wir sind hier schon gespawnt. So, einmal hupen, damit die Hupe nicht umsonst war. Wir haben schließlich 25.000 Dollar dafür bezahlt. Hey, da müssen wir schon ein bisschen was. Ihr wisst schon. Ja gut, jetzt knall ich hier jedenfalls gerade mal. Ich zeige euch jetzt zweimal, müsste ich es, war es glaube ich. Also, ist echt kein Problem, also hier kann man sogar mit dem Motorrad Vollgas durch die Kante erheizen, ohne dass es mich auf die Schnauze haut. Oh mein Gott, manchmal passiert einfach was nach Hautsein hin, aber hey, ist doch egal, ein bisschen über, dauert es ein bisschen über 30 Sekunden, nicht genau unter 30. Ich brauche hier, ja wie wir sehen, 29 irgendwas war anders, glaube ich. Moment, ich bin der erste, wow. 29,145 und wir kriegen 790 Erfahrungspunkte für nicht mal 30 Sekunden. Also könnt ihr euch vorstellen, was es das gibt und vor allem, wenn ihr ein höheres Level seid, dann kriegt ihr ja noch mehr. Hier jetzt einfach auf Y, dass es bestätigt wird und drückt einfach ganz fix auf Wiederholung. Ich zeige euch jetzt nur gerade, wie schnell das geht, das ist wirklich, das ist ein Kinderspiel und ihr levelt da verdammt schnell. Die Einstellungen sind ja noch gespeichert, hier ist alles noch gleich. Wieder aufspielen, wir wollen natürlich gleich wieder starten, weil ich habe ja gesagt, es geht schnell hoch. Also ich halte mein Wort, ich starte oder bestätige besser gesagt hier, bin wieder bereit zum Spielen und es kann gleich wieder losgehen. So, wir haben wieder auf dem Motorrad. Diesmal hupe ich nicht, damit ihr wisst, dass es ein bisschen anders ist, dass es nicht wieder einfach eine Zeiteinblendung ist, wie auch immer. Einfach gleich wieder durchknallen, weil es geht einfach so fix, das ist einfach, ja. Ich bin jetzt auch innerhalb der letzten zwei Tage, oder was heißt zwei Tage, der letzten, wie oft bin ich gefahren? Es sind über eine Stunde, habe ich, habe ich, ich weiß gar nicht. Ich habe nicht aufgepasst, jedenfalls ein paar Level habe ich halt gleich gemacht, einfach so, nichts. Das Ganze kann man auch noch mit einem Kumpel oder so zusammenzocken, dann gibt es auch noch Geld, ist natürlich auch nicht schlecht. Und müsst euch immer Abwechslung gewinnen, aber hey, ihr kriegt dadurch mehr Erfahrung, noch mehr Erfahrungspunkte und Geld, wie gesagt. Gut, es hat natürlich wieder geklappt, wir haben wieder unsere 790 Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe gewonnen, yeah baby. Und, ja, ihr seht, es ist wirklich einfach, es schafft jeder, die ganze Rennsache kann jeder hosten, wie ihr wollt. Und müsst ihr euch selber entscheiden, also, wie gesagt, ist echt eine easy Sache. Und vor allem einfach, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video auch recht gut helfen. Bin eigentlich soweit dann auch schon fertig, hier sehen wir noch ein bisschen, wie ich im freien Modus rumfahre. Naja, was soll's, können wir auch beenden. Gut, ich sage mal, in dem Fall, danke fürs Anschauen, haut rein, macht's gut.